Allrad Stich Elektrische Heckklappe Garantie Fünf Jahre Forrester Wie jeder Subaru mit fünf Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer Zuverlässigkeit, die Spaß macht Subaru Ich fand, dass meine Mannschaft heute richtig viel gut gemacht hat Nach dem 1-0 haben wir glaube ich, richtig gute Konterschancen um auf das 2-0 zu gehen Natürlich haben die Kickers Druck gemacht aber ich glaube, so richtig viel haben wir nicht zugelassen Glück hat nur der Tüchtige Wir haben heute 90 Minuten gekämpft und gearbeitet und auch in der zweiten Halbzeit glaube ich, die klareren Torchancen hatten wir Wenn ich die ganzen Konterschancen sehe können wir das Spiel viel früher entscheiden und vom Engagement her bin ich hoch zufrieden und in unserer Situation gibt es da momentan nichts zu meckern Ja, ich würde eher sagen das mit dem Rausspielen von Torchancen Das ist uns heute sehr schwer gefallen Ich denke, Bruchsal hat ein relativ einfaches Konzept gehabt Das haben wir auch gewusst dass wir auf Konter enorm Acht geben müssen dass wir da immer aufmerksam sein müssen so kriegen wir das erste Tor und so kriegen wir dann letztlich in der 91. das 2 zu 0 das hat Bruchsal einfach und clever gemacht und wir haben einfach auch nicht die Möglichkeiten heute uns erarbeitet richtig gute Torchancen rauszuspielen deswegen schon deswegen wenn man natürlich dann ohne Tor bleibt dann dann hat man es richtig schwer das war für Hund heute eine richtig bittere Niederlage und die tut auch richtig weh Okay Allrad Stich Elektrische Heckklappe Stich Garantie 5 Jahre Haha Forrester Der neue Subaru Forester Wie jeder Subaru mit 5 Jahren Vollgarantie bis 160.000 Kilometer Zuverlässigkeit, die Spaß macht Subaru Bravo